es gibt weiterhin unsere endzeitmäßige black friday week 25 prozent mit dem code black friday 25 einfach einer kaufabwicklung angeben für alle angebote ich habe ganz wenige sind ausgenommen aber wenn du deinen code eingibst sofort auch für meine großen kurspakete die zeit der kurspakete und so weiter ja heute mal ich würde sagen spirituelles thema kommen wir bei dem thema nicht drum rum und zwar fragen sich immer ganz viele warum wird mein böser partner warum wird er nicht aufgedeckt so oder meine böse partnerin warum fliegt sie nicht auf warum kann jemand was sie sich vor gericht das und das behaupten und kommt damit durch war also wichtig auch auf ist das auch auf social media aufgefallen es gibt ja immer wieder dass so leute durch social media geistern wo man mal sagt diese person xy warum fliegt die nicht auf warum kriegt die keine anzeigen warum kann die oder die oder der das machen jenes machen dieses machen und es passiert nichts obwohl es haarsträubend ist und da wollte ich mal was wirklich meine feste überzeugung ist ein paar gedanken zu machen die gehen uns auch ein bisschen spirituelle rein aber nicht nur ich sage auch wo wo es sei der ansatzpunkt ist für die ja für das was real erlebst hier im leben also ich sehe das folgendermaßen wenn dir jemand etwas blödes getan hat so was der unter umständen gar nicht so sieht übrigens aber du bist halt der meinung der etwas blödes getan so so und du bist jetzt in einer riesen wut darüber also wurde es natürlich nicht sehr schlecht aber du bist jetzt in einer riesen gut darüber wie kann dieser mensch dir nur xy angetan haben und du bist und du bist in einer rache energie wird sie mit strafen du willst ihn zur strecke bringen dann ja auch wenn ob das gefällt oder nicht wechselst du in dem moment ja mit eigentlich auf die täterseite rüber weil genauso entstehen ja kriege im großen und im kleinen dass man meint man hätte recht zu irgendwas und macht dann was so und du bleibst sozusagen ich meine das jetzt auch gar keine moralische bewertung ich meine hier macht so jeder was irgendwie auf offensichtlich auf der welt ob es gefällt jetzt aber nicht aber du stellst ja fest ja ich will mich rächen bla 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 ich mache jetzt dies ich mache das so damit begibst du dich auch auch ohne moralische bewertung mit in diesen niederschwingenden in den niedrigen energiesystem auch das ist keine wertung verhafteten toxischen emotionen also begibst dich hinein in den toxischen kreislauf und spielst mit und dann ist es häufig so dass sie mehr oder gegen an kämpfst gegen diese person und sie weiß ich nicht rache gedanken hast und ich weiß nicht was umso mehr energie gibst du letztlich dieser person ich meine ist zwar eine negative energie aber wenn du ganz doll und so verzweifelt gegen irgendwas kämpft oder muss gar nicht verzweifelt ist vielleicht gar nicht so der punkt also wütend gegen irgendwas kämpfst ja kampf erzeugt immer gegen kampf machst du letztlich diese diese andere energiestruktur gegen du die an kämpfst kann man kann man jetzt auch auf x andere auch politische themen könnte man damit auch sich angucken aber das sparen wir uns ja hier ja erzeugt einen gegen kampf so und 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 stärkst damit dieses andere system und ich glaube dass das heißt natürlich jetzt nicht dass man nichts machen soll sondern was ich immer sage ist so dass du das kühl und abgeklärt machen sollst du sollst natürlich handeln aus einem aus einer geerdeten sache also wenn dir jemand du warst mit einem partner zusammen und er hatte ich um 10.000 euro erleichtert und du kannst das belegen so dass immer das problem kann man es hat man da schriftliche sachen drüber oder nicht aber das wäre ein anderes video wie man sich da vorbereitet und du kannst es belegen natürlich sollst du dann versuchst vielleicht nicht 10 euro wieder zu kriegen oder 50 aber 10.000 versuchst du natürlich wieder zu kriegen und da würde ich auch immer sagen da geht man natürlich alle schritte die dafür notwendig sind also und was auch immer die dann sind weil das wäre aus meiner sicht abhängig dann zu sagen ja energie folgt der aufmerksamkeit er braucht schon 10.000 euro und klar wo die schwelle ist wo man das macht muss jeder selber wissen aber natürlich machst du das aber du solltest es aus einem friedlichen geist machen ich sage manchmal auch ganz gern kalt wie ein ninja aber es wird auch nicht so ganz friedlich aber soll es dass einem friedlichen geerdeten geist machen wo du sagst natürlich trete ich für mein recht ein aber aus einem befriedeten geist der sich seine opfer und seine täter energien angeguckt hat und der in der ruhe ist und aus dieser ruhe gehe ich das dann an und dann erzielt man ergebnisse also eigentlich wie immer im leben die schon fast gar nicht mehr braucht erzielt man ergebnisse immer ist keine garantie jetzt aber es ist so ein bisschen sitzen spirituelle augmentation die ich oft für also auf beobachte auch bei anderen dass sie ganz gut funktioniert und auch das gegenteil beobachtet dass wenn menschen sich tierisch aufregen über andere menschen weil die offensichtlich haarströmende dinge machen dass durch diesen öffentlichen kampf eigentlich genau das gegenteil eintritt dass diese energie gegen die man ankämpft eigentlich immer stärker wird immer mehr follower kriegt und mitnichten irgendwie irgendwas passiert also muss das die schritte gehen und dann loslassen quasi was daraus wird so und das heißt aber auch das kannst aber nur wenn du deine eigenen themen bearbeitet hast sowohl deine opfer themen also das heißt diese ängste viele haben ja wahnsinnig angst vor eben nazisten was macht er denn wenn ich jetzt mal schritte gegen ihn einleitet so dass sowohl diese opfer themen bearbeitet als auch die täter themen bearbeitet dass du nicht in so eine rache gehst das ist wirklich wertvolle informationen für euch leute uns gut auch gerne mal notfall paket rein bei mir das ist glaube ich auch thematisiert lieber mal ein konkretes beispiel so was ist wohl besser nehmen wir mal an das wollte ich noch sagen vielleicht sagen jetzt manche ja ich weiß ja nicht was passiert wenn ich gegen partner irgendwas mache oder so ja weißt du natürlich nicht ist richtig aber es gibt natürlich wirklich schwierige menschen hier auf der erde aber ist so das was die meisten meinen somit so feldwald und wiesen nazis diesen häufig extrem feige so ne also und also und vor allen dingen haben die in riesen angst dass so ihr keine ahnung dass man irgendwie schlecht über sie redet oder so und versuchen da alles zu vermeiden dass da eigentlich eine große aufmerksamkeit darauf kommt gut wie niemand möchte dass man schlecht bei ihnen redet aber also in dem moment wo man dann ja irgendwo also sagen wir mal so dass das sind nicht so unüberwindbare burgen die man wo man jetzt nicht eine auseinandersetzung führen kann eine geerdete wohlgemerkt so ne gut nehmen wir mal so ein beispiel was ist so besser du bist jetzt vor gericht und gegenüber sitzt dein anführungsstrichen es ist ja häufig gar nicht immer aber dein narzisst so und er sagt irgendwas völlig haschträumendes vor gericht sagt so ich so ich will alles haben für unsere ganzen szenen häuser haben und die jacht und das flugzeug und du kriegst gar nichts weil du scheiße bist und dass du was ist dann wohl besser dass du dich da komplett aufregst im eck springst rum schreist das ist ein narzisst das ist ein narzisst wo ist der psychiater muss ein gutachten kriegen und dann sagt vielleicht dein ex partner sagt vielleicht ein eiskalt ja gucken sie mal so ist das ist total emotional instabil tut mir wirklich leid ich muss mich entschuldigen für meine ex frau dass sie jetzt hier so aufhört sie ist leider sehr verrückt so ne wie kommt das worüber oder wie kommt rüber wenn du dich top vorbereitet hast total kühl bist und dann der nächste mal kommt ja ich nehme die jacht das flugzeug und die zehn häuser und du dann sagen kannst nee sorry hier ich habe das alles vorbereitet hier sind unsere verträge hier das sind die und die beweise habe ich hier das absolut inadäquat hier natürlich eine ganz andere lösung ich krieg das flugzeug ich schlage das und das und das vor und und du dann einfach top vorbereitet bist die fakten auf deiner seite hast weil wenn eins narzissten nicht mögen sind das fakten 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 und und dann da völlig cool souverän darauf reagierst was kommt wohl besser an so ne und das ist letztlich das gleiche was ich jetzt mit spirituellen begriffen gesagt habe ist vielleicht nicht für jeden was hier das video heute aber letzten endes sage ich mir das gleiche guck dir deine opfer energien dann guck dir die täter energien an vermeide wie wild auf andere leute zu zeigen wie schlimm die sind arbeite lieber an dir aber das heißt doch nicht dass du so koophängig alles einstecken sollst in diesem sinne wir sehen uns bald wieder setze ich mal meine military mutze aus hat aber keinerlei bedeutung liegt hier nur so rum tschau ihr lieben